So angemalt wie du, ne? Ehm, oi. Einmaler. Er holts Kopf. Ey, hier drin ist einer. Ja, der ist aber tot. Oh. Warum machst du das aus? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass du totti totti gemacht hast. Nein. Nein. Wo sind die nochmal? Ritzelraten richtig ranzig. Ja. Warum hab ich das Echo aufgenommen? Weiß ich auch nicht. Warum? Ne, so beide. Ich bin Batman. Ich bin Batman. 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 Na, ist aber eh noch drunter. Ne 101er Sniper, ne 113er Sniper. Ich nehm die mit. Ich nehm die mit zum Verkaufen. Wie viel Schaden hat die Sniper bei dir? Äh, gar nicht so viel. Also ich meine die, die du mir gegeben hast, die Verte. Nein, die 332. Ja okay, weil ich dachte, dass die das vielleicht bei mir durch meine Skits steigt. Ne. Aber ich hab auch mehr Waffenschaden drauf. Aber das hört erst im Nachhinein. Boah, was sind die scheiß Dinger? Guck mal hier ist ein Schalter. Ja, den hab ich schon aktiviert vorhin. Dann geht nämlich die da unten offen. Man kann ja auch bei anderen Waffen nicht. Lass uns Waffen bei Affen kaufen. Wir müssen... Ja, geht mal rechts. Wo ist das denn? Keine Ahnung. Frage mich nicht. Vielleicht da drinnen, wo grad aufgegangen ist? Mh mh. Warte mal. Erstmal luten gehen, würde ich sagen. Hier ist auf jeden Fall ne Kiste, ne? Die müsste hier sein. Ja, sag ich doch. Die ist da. Wenn das hier noch so Klo war. Ich hab dich nur die Schwatte genommen. Wollen wir tauschen? Hä, warum das denn? Weil das schlechte Wochen schon immer wusste. Weil Schott ganz scheiße sind. Hä, Schott ganz ist das geilste. Ja, für dich. Ey, komm mal da hinten bei diesem Abgasrohr. Ich weiß nicht. Ist das ein Abgasrohr? Hier, guck mal da, da ist glaub ich ein Schalter. Hier bei mir. Da in der Ecke. Da, hier in der Ecke. Das ist was falsch, oder? Hier näher dran. Das ist ein Fass, Alter, das ist ein Slack-Fass. Hau doch ab. Ach, krieg doch nicht. Ohne Witz. Genau das wollte ich. Welches Slack-Fass? Genau das. Der ist so behindert, ne Flash? Deswegen, ja. Hört doch auf auf meiner... Hört doch auf auf meiner manisch-depressiven Weise rumzuhacken. Gebehindert. Irgendwo noch ein Schalter, den wir nicht gefunden haben. Nein, der war dafür. Die Entsicherung. Ah, ich werd das noch wieder rausfinden. Hm. Ah, können wir wieder zurück, oder wat? Nein, nicht ins Todes-Klo! Oh, wurdest du da reingespült? Nein, ich bin daneben gesprungen. Hallo. Das macht weniger Schaden und Ding. Ja. Ey, da ist ne Tür. Ja, da sind wir reingekommen, da haben wir ja die... äh, Ratten ja kalt gemacht. Ah ja, die Team-Spielten-Aids-Menschen mal. Ja. Wie schön das Wasser hier auch ist. Ja, jetzt ist alles. Ist aber normal. It's a wonder beauty. Ist ein bisschen scheiße. Egal ob man das noch braucht. Einfach looten. Loot, loot, loot. Loot. Loot, 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 loot. Äh, Nomade. Hier sind die Gegner. Ja, dann auch, weil wir ja anders gelaufen sind. Ja. Bis dich. Ähm. Zack. Ja. Ja. Ein Stillwürfe. Jöp. Hallo, wir freuen sich, dass er frei ist und tot ist er. So schön, ich mache einfach alles Wohnhütte. Ah, du näherst da unten, du bist er. Äh, Schockfass. Au, Iridium. Ja. Schön, dass ich seinen Kopf triffe, aber er kriegt kein Damage. Kohle. Kleingeld. Boah, bestimmt sauf. Meine Waffen. Was denn? Sonst er explodiert gerade. Ja, weil er seine tolle Waffe dahin geballert hat. Penis. Ich hab doch gesagt, geh nicht dahin. Nein. Ich war doch, ich stand doch schon da, hier ist ihr Video. Da hinrennen. Ich stand da oben schon drauf. Hä, hier wo, wo ich jetzt bin? Hä? Wo ich jetzt auf der Seite war. Da stand ich da oben schon in der Ecke drauf. Hallo. Warum schreit der Sabine? Warum macht der die Namen da immer so in Klammern? Der Aids? Also du wie du, ne? Ne. Ach, krumm. Mal zu schreit. Mal zu schreit. Mal zu schreit. Da komm ich mal ohne, um es zu kriegen, Alter. Ja, Cento, super. Hast du richtig klasse gemacht. Mal zu schreit. Ach komm. Ja, wer hat den hinteren jetzt ab... Bist du halt ernst? Ja, Flash, aufhört zu bewegen. Maul halten. Nein. Ihr Geld durch Granate. Kannst du Centos sagen? Ja, mir sagen, ne? Ich hab nichts gemacht. Nein, egal nicht. Jetzt machst du sowas ja nie. Oh, überhaupt nicht. Boah, das ist ja noch so ein herziger Vogel. Oh, Endshaft. Boah. Ach komm, ey. Hallo Bad-Arts-Normade. Boah, ne Pisser, ne? Ja, wem. Ach ja. Oh, ja. Oh, wieder mal. Bring das mal alles in die Luft. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Nein, der Hund. Oh, dein Hund. Voila. Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ey, ne. Nerven nicht. Oh, schon wieder ein Bad-Ass, ey. Oh, Alter. Boah, wie die Nerven, Mann. Boah, alter Schwede. Oh, leider. Ähm. Und tschüss. Ja. Der, der ist gerade ein bisschen zur Seite geflogen. Nein, 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 nein. Da ist's. Hol ihn dir. Ja. Ja. Ja, der ist... Weißt du, warum der zur Seite geflogen ist? Der ist mal ein Schockfass gewesen. Okay. Achso. Ja. Und ich hab auch das Schockfass mit einer Schockwaffe drauf geschossen. Das kommt immer gut. Ja, ist das auch. Und da war mein Schild auch schnell down. Das ist super sowas. Ich muss bitte auch mein Schild wechseln, ey. Super sowas wie Supernovas. Hey, bist du behindert, ey. Ja. Oh, guck mal, hier können wir schnell reisen. Ja, aber wir können auch hier verkaufen noch. Ja, okay. Kannst du auch erst mal warten, du Penis. Halt der Maul. Wirklich. Wir verkaufen jetzt mal schön. Na, ich hab eh nichts zum Verkaufen, weil ich mal alles weggelotet habe. Ja, nein. Läuft doch, kommst du denn da drauf. Halt schon von vornherein doch schon gesagt. Wie kommst du denn da drauf? Mach nochmal Heilung. Oh, 29% Neuigkeiten, ne, bräuchte ich nicht. Boah, kennt ihr das, ihr müsst kotzen und die Kotze steigt dann einfach in die Nase. Nee. Boah, das will keiner wissen. Konzentshaft. Tschüss. Was denn? Oh, Junge. Wie musst du das machen? Ey, das mach ich ja noch nicht mal. Nein. Weißt du, wie weit ich das vom Mikro wegmach? Ja und? Ja, das hat man richtig laut gehört. Ich bin fast unter meinem Stuhl. Ja, mute dich da einfach. Du bist im Stuhl. Ja, denkst du, ich hab Mute-Knopf? Ja, klar. Nö. Bitte, lass dir. Bitte, lass dir. Ich mach das. Du Affe. Nein. Wollda. Das war klar. Idiot. Jetzt ist... Jetzt reicht's. Halt Stopp. Wir gehen jetzt reisen. So. Nein, ich wollte noch was looten. Ich loote dich gleich woanders, ey. Zieh ich an deinen komischen Zerro-Zipfel, ey. Zerro-Zipfel? Zerro-Zipfel. Ja, guck mal die Waffenkiste ist nicht da, geil. Ja, ne? Ja, aber im Rin und die erstmal nach acht Jahre nicht. Ja, aber die war eben da. Ja. Äh, die kommst du bei mir aus. Ja, weißt du, ich dachte, wir trennen uns jetzt eben, dass einer die macht und die andere die macht. Hallo, Tarnitz. Wissen? Erfahrungsmodel bekommen wir eh beide. Oh, ja, ne Shotgun, I don't care. Ja. I love it. Ja. Ja. Oh, hast du Radio? Radio Action. Mach mal die Kiste wieder auf. Mit tf. Mit tf, du Fatsche. Was ist? Brauch mal was zu verkaufen, mach mal die Kiste auf. Naja, fick bei leider. Oh man, ich muss erstmal in die Radio-Shop gehen. Fick dich. Nachher komm ich zur Störsonne. Wow, ey. So. Zwei Leuten müssen wir die jetzt bringen. Nein. Entweder oder. Und es ist ganz einfach. Schild oder Waffe? Ja, was für ein Schild ist denn das? Keine Ahnung, wenn denn. Mal schauen. Redfarbenes. Da gibt's nur eine Waffe. Macht's nur eine Waffe. Ja, das ist eine Waffe. Weil wir momentan sowieso so richtig fette Dinger haben. Wir kannst eh nichts machen. Na, das ist echt so. Mama, küsse auf. Ne, mach ich nicht. ich bin gerne ein Raffer nur ich nicht ich glaube jederzeit mit dir bewegt dich ne mach ich nicht mach doch selber hab doch gar keine Schlüssel geh jetzt machen als Marvel mach jetzt als Marvel ah es war doch ein Schlüssel hab ich gehört naja mach ich auch noch mal auf nach wohl maximal Gesundheit das kannst du doch wieder zum knicken bei mir ist maximale Gesundheit eh egal weil ich vom Assetzen eh für den Arsch ist ja hat wir noch einen Schlüssel ja ihr hält noch genug ich hab noch so 100 oder so 121 ja ich mach noch mal einen auf den Schiff ganz oh guck mal der SMG die SMG ist aber schon heftig jawoll ist das nicht so gesleckte ja die ist ziemlich heftig ich wollte grad sagen gesleckte Gegner leiden mehr Schaden ja das ist sie jawoll was ist das denn ja wie schlecht das denn ah ist das ein Artefack die gibt ja weißt du Giertösten ich kann doch nicht mal was lesen nein ja ich konnte auch nicht lesen ich wollte das andere Ding lesen aber er hat es schon genommen warte warte mach nix also ich müsste mich genau gucken was dabei ist die Fähigkeiten eines bestimmten Herstellers Hyperion Max äh kann ich das Rifle Artefakt haben äh das Sniper Artefakt ja was hast du denn da vorher gehabt du hast doch eingesagt ja Assault Rifle weil die benutze ich auch naja nimmt doch warte mal ich muss mal gucken was das andere noch war muss das nutzen oder so ja muss ich ja ja klar muss das das kommt unten hin äh will irgendwer das Assault Rifle haben ne ich hab ja maximale Pistolen manniert dran ola oh look my boah 300 hohoho ok ich bin sie ja nimmt sich jeder eine denk ich mal oder ne die andere werden sich weggeschnappt ja ich nicht zählt das wahrscheinlich ne jeder eine hast du doch gesagt ja jeder eine jetzt oh guck mal Granatenmots ne das ist meins das eine sind wieder Flummi Dinger ja das sind alle ja das sind alle ich hab ja schon Flummi Dringen drinnen voll schweiß mit Dinger haben wir ja schon dran guck mal wo ich Sniper ah nicht so geil da ist ne Korrosions drinnen naja schon mal sehen was waren die andere Sniper die ich hatte ich hab Feuer Alter die Feuer ist schon greif ne da Keiner Heimer mach ich noch ja oh Piste das ist doch